Ja, also ich bin Frau Dr. Gabriele Doyle, ich bin Amtsherztin bei der Stadt Hannover und bin für die Einlasskontrolle heute hier. Das heißt, die Tiere müssen mit bestimmten Gesundheitsuntersuchungen kommen, mit Papieren, die von den Landkreisen ausgestellt werden, dass sie frei von Krankheiten sind. Und die Einlasskontrolle dient dazu, letztendlich nur diese Tiere auf die Ausstellung zu lassen, die auch diese Bescheinigungen haben. Und wir untersuchen die Tiere nur kurz mit einem Griff ins Maul, schauen uns die Maulschleimhaut an und haben dann gleichzeitig ein Gefühl dafür, ob die Tiere Temperatur haben oder nicht. Und im weiteren Verlauf der Eurotier sind wir jeden Tag hier, also es werden alle Tiere kontrolliert, täglich einmal rund gegangen, tierschutzrechtlich angeguckt und das ist unsere Aufgabe.